Der Koran und die islamischen Wellen tragen die Hauptverantwortung für die erbärmliche und antisivilisatorische Realität, die seit 1400 Jahren in der islamischen Welt dominiert. Der Islam ist leider in einer Ideologie verhaftet, die alle Nicht-Muslime, alles Feinde und alles Hüllenbewohner sieht. Ungläubige haben es der Scharia und dem Koran zufolge nicht verdient zu leben und von Allahs Gütern auf der Erde zu profitieren. Andere, Ahle al-Kitab, also wie Christen und Juden, können zwar am Leben bleiben, aber nur wenn sie Schutz oder Kopfsteuer, also Ajizya zahlen und sich damit als Menschen zweiter Klasse mit wenigen Rechten abwenden. Es ist die Aufgabe der Muslime, sich von diesen toxischen Texten und vergifteten Quellen zu befreien. Trotz dieser menschenfeindlichen Aussagen im Islam gibt es natürlich und zum Glück großartige Kulturmuslime, die ihre Religion kritisch betrachten oder am besten von ihnen nichts wissen wollen. Allein x Muslime, meine Damen und Herren, gibt es schätzungsweise über 80 Millionen weltweit und mehrere Millionen, hunderte Millionen Kulturmuslime, die für eine offene Gesellschaft Bereicherung darstellen. Und ja doch, wir reden hier von 1,7 Milliarden Muslime, deren Mehrheit noch nicht heute und hier angekommen ist. Uns als muslimischen Gesellschaften war es noch nie und nirgends gelungen, eine Zivilgesellschaft mit Achtung der Menschenwürde und Respekt vor Andersgläubigen und Andersdenkenden aufzubauen. Und zwar, weil die Mehrheit das nicht will oder kann. Bei den muslimischen Einwanderern, die nach Europa kommen, handelt es sich um Massenmigration. Eine Völkerwanderung, wenn sie wollen. Und diese Menschen in Massen sind Träger der gescheiterten Realität in ihren Ursprungsländern. Masseneinwanderer waren oder sind stets das Spiegelbild ihrer Heimatländer. Wenn die Mehrheit in der islamischen Welt Grundwerte und Menschenrechte ablehnt, wie die Rechte von Frauen, Homosexuellen, Minderheiten und Andersdenken und das ist nun mal so, dann bringen diese Einwanderer dieselben Mehrheitsverhältnisse, Meinungsgewichtung und die geistige Haltung logischerweise aus der alten Heimat mit. Ja, der Islam soll und muss reformiert werden. Aber Islamreformen sollen und müssen in der islamischen Welt beginnen. Und nicht hier im Westen. Und nicht mit öffentlichen Mitteln, mit öffentlichen Mitteln, mit hart arbeitenden Steuerzahler, die ohnehin fast 50% ihres Arbeitslohns an den Staat abführen müssen. Es ist überhaupt eine Anmaßung zu glauben, hier im Westen könne der Islam reformiert werden. Mohammed war es, so wie wir ihn die Quellen darstellen, der die Menschheit vor 1400 Jahren den Krieg erklärte. Er war derjenige, der sagte, mir würde von Allah befohlen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen und jeden zu töten. Bis alle sagen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist und dass sie das Gebet einhalten oder verrichten und Sakat zahlen. Wenn sie das tun, dann wird ihr Blut und ihr Eigentum vor mir sicher sein. Auf Arabisch hört sich das noch brutaler an, meine Damen und Herren. Das ist der Faschismus pur, meine Damen und Herren. Es ist für mich erschreckend, wirklich mit ansehen zu müssen, wie es eine kleine, aber sehr mächtige Elite, da sind linke Internationalisten und Globalisten, gelingen konnte, im Namen eines Pseudo-Humanismus, eine Ära der Entklärung einzuleiten und somit viele Menschen im Westen und insbesondere in diesem Land in den letzten 30 bis 40 Jahren vielleicht länger, in eine Art Hypnose und pathologischen Selbsthass zu versetzen. Während wir uns jedes Mal freuen, diese Sektierer in Politik, Kirche, Sozialverbände und Medien bei ihren Lügen entlarvt zu haben, geht der Plan der Umwälzung dieser Gesellschaft weiter, ohne dass wir es merken oder merken wollen oder können. Und ich fürchte, ich fürchte, bis die Menschen nur in Deutschland begriffen haben, was hier geschieht, werden sie sich nicht mehr zur Wehr setzen können, denn bis dahin gibt es sie nicht mehr. Ich sage Ihnen, warum. Die unbegrenzte Einwanderung muslimischer Menschen, die mehrheitlich, nicht alle, nicht alle, aber mehrheitlich, Scharia-treu sind und die den sekularen Werten einer aufgeklärten Gesellschaft gegenüber ablehnt stehen. Die Entstehung von Clan-Strukturen und Gegengesellschaften, die Vernachöstlichung des Alltags, die steigende Kriminalität von Einwanderern, die Blitzeinbürgerung muslimischer Einwanderer. Ich habe selbst 21 Jahre gewartet, bis ich den deutschen Bas bekommen habe. Heute bekommt ein Syrer nach drei Jahren den deutschen Bas. Der lasche und sehr verantwortungslose Umgang mit Gefährdern. Das breitflächige Gendering unserer Gesellschaft, eine Entwicklung, die vielen homo- und transsexuellen Menschen mehr als peinlich ist, sowie die Trägheit der Menschen im Westen für Nachwuchs zu sorgen, verzeihen Sie mir bitte diese Formulierung, werden das Bild des Westens grundlegend verändern und alles zerstören, was ihre Vorfahren in Jahrhunderten hart erkämpfen mussten. Mein Damen und Herren, ich bin jemand, der dieses Land und die Freiheit liebt. Ein Volk, eine Nation und ein Kulturkreis, der freieste überhaupt, den die Menschheit jemals kennenlernen durften, verschwinden von meinen alten Augen. Alles, was diesen Kontinent trotz des Fehlens von Bodenressourcen erfolgreich machte, wird infrage gestellt. Die geistige Kraft dieses Kontinents, deren Quelle, die griechische Philosophie, das römische Recht, das reformierte Christentum und das reformierte Judentum sind, wird von postmodernen und sehr aggressiven Utopisten massiv angegriffen. Die Angriffsfront besteht meiner Meinung nach aus drei Hauptakteuren. Den Internationalsozialisten, die im Westen eine klassen- und ethnienfreie Gesellschaft anstreben, die Globalisten, die keine Nationen, sondern nur Konsumenten und Erzeuger wollen, und der politische Islam, der jetzt die Chance sieht, seinen vermeintlichen Gottesauftrag auszuführen. Wer den Artikel 6 der Menschenrechte-Kommission von 1998 kennt, weiß, dass diese Einwanderung im Sinne dieses Artikels rechtswidrig ist. Diese Masseneinwanderung ist juristisch illegal und ethisch unverantwortlich. Sie hilft langfristig niemandem und sie schadet allen. Vielleicht später mehr darüber. Meine Damen und Herren, hätte ich die bisher letzten 42 Jahre meines Lebens in Japan oder bei einem kleinen Stamm in Afrika verbracht und würde ich feststellen, dass man das Volk, bei dem ich lebe, im Sinne einer Ideologie willkürlich modifizieren, ich will nichts abschaffen sagen, modifizieren will, würde ich mich genauso verhalten, wie jetzt auch. In Japan, obwohl ich das P als Araber nicht aussprechen kann, in Japan wäre ich ein Japaner und beim Afrikanenstamm wäre ich einer ihrer stolzen Stammesmitglieder. Sich mit dem Einwanderungsland zu identifizieren, ist für mich der höchste humanistische und zivilisatorische Akt eines Einwanderers. Im Arabischen gibt es einen vorislamischen Spruch. Auf Arabisch heißt es, Und weilst du bei einem Volk 40 Tage, so sei einer von ihnen, oder wandere weiter. Ich bin geblieben und habe bisher 42 wundervolle Jahre die Wahlpreise verbracht. Wundervolle Jahre, deutsche Jahre. Und deshalb bin ich im Geiste längst ein Patriot, ein Wertepatriot. Mein Damen und Herren, das Trampeln auf Deutschland ist zu einem Volkssport gekommen. Grüne, Linke, alte 68er, Biennüde der Antifa und viele Schreiblinge hassen Deutschland. Aber keiner will aus Deutschland weg. Weder die traumatisierten Flüchtlinge, noch die intellektuellen und pseudointellektuellen Migranten, die Linken, alle vereinte Hass auf Deutschland, die Überheblichkeit, die Arroganz und die Ignoranz diesem Land gegenüber. Dabei waren gerade diese Einwanderer und auch deren Eltern nicht gerade die erfolgreichsten in ihren Heimatländern gewesen. Heute fühlen sich einige Einwanderer berufen, Land, Kultur und auch Sprache dieses Landes beliebt zu verändern. Aber vielleicht hat eine Gesellschaft, die verlernt hat, sich zu wehren, das verdient. Keine Ahnung. Nein, meine Damen und Herren, an diesem widerlichen Volkssport beteilige ich mich nicht. Die offene Gesellschaft ist eine große Errungenschaft der Menschheit. Aber sobald sie verlernt hat, sich zu wehren, könnte sie sich zu einem Biotop toxischer Ideologien, Political Correctness, propagiert von selbsternannten Sozialingenieuren, die eine neue heile Welt erschaffen wollen. Diese Götter in den Führungsetagen unserer Gesellschaft sind die wahren Rassisten, Selbsthasser bei Exzellanz. Es gab sie in der neuen europäischen Geschichte immer wieder, diese Sozialingenieure, die die Aufklärung entklärten und einen neuen Menschen erschaffen wollten. Einmal den reinen Rassigen, dann den sozialistischen Einheitsmenschen und jetzt mittels der negativen Kraft des Selbsthasses den ethnienfreien Menschen. Und wir alle wissen, wie jedes Mal geendet hat. Ich weiß, dass dieses Experiment blutig scheitern würde, wenn es bis zum Ende durchgeführt werden sollte. Deshalb stelle ich mich friedlich gegen dieses Experiment.